Beratungen im Finanz- oder Versicherungswesen sind für den Kunden häufig kompliziert und erschweren es ihm, sich für ein Lösungskonzept zu begeistern und verzögern oft auch den Abschluss eines Vertrages. Dass das auch anders geht, beweisen die Lösungen von SEI. Sie erklären komplexe Sachverhalte so einfach wie möglich. Dazu werden die Beratungsinhalte auf Basis der erfassten Kundendaten sowie den neuesten Erkenntnissen aus der Verkaufspsychologie und der Neurowissenschaft direkt auf dem Berater und dem Kundenbildschirm visualisiert. Der Kunde kann die Beratung aktiv über sein Touch-Display mitgestalten. So entstehen lebendige Bilder, die den Gesprächsverlauf visuell begleiten, komplexe Sachverhalte leicht verständlich vermitteln und den Kunden in seiner Entscheidungsfindung optimal unterstützen. Auch diese visuellen Informationen werden mit SEI-Lösungen über das Beratungsprotokoll im digitalen Kundenbuch abgelegt und sind immer und überall sicher online abrufbar. Wenn Sie sich für Lösungen von SEI entscheiden, ermöglichen Sie Ihren Beratern also die Visualisierung aller Beratungsinhalte in Echtzeit. Eine dadurch kundenspezifische und dynamische Beratung und das alles auf einer wissenschaftlich fundierten Basis. SEI – präsentieren Sie komplexe Inhalte im kundengerechten Design. Und wie SEI Finance Ihren Beratern auch die Erstellung des gesetzlich vorgeschriebenen Beratungsprotokolls abnimmt, sehen Sie im nächsten Film. ENDPECIAT